Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Wie Schauspielkollege Sabine Tambrea jetzt bei Instagram erklärte, verstarb Christina Drexler im Alter von nur 41 Jahren. Es sind traurige Nachrichten, die Schauspieler Sabine Tambrea jetzt mit seinen Followern auf Instagram teilte. Mit einer Fotoreihe und liebevollen Worten nimmt er Abschied von seiner Schauspielkollegin Christina Drexler. Er schreibt, ach Christina, So viele hast du verzaubert mit deiner sanften Seele. Mit deinem kompromisslos abgrundtiefen Spiel. Deiner Selbstaufgabe für das Unerreichbare, wonach wir alle streben, solange unsere Flügel noch nicht von der Realität gestutzt worden sind. Deine Flügel hast du bis zuletzt behalten, mögen sie dich auf deiner Reise so sanft tragen, wie du unsere Bewunderung. Hey guys, this is Gansham. Then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.